Heute erklären wir Ihnen die Welt. Wie funktioniert die Welt? Das ist ja wichtig, stellen wir uns mal ganz dumm. Das ist ja in diesen Tagen sehr wichtig, dass man weiß. Die Welt ist, wir gehen mal davon aus, eine Scheibe, eine Kugel. Ich glaube, mir hat es noch keiner glaubhaft verwiesen, aber gut, okay, wir beugen uns in diesem Fall der Mehrheit. Die Welt ist eine Kugel, deswegen habe ich hier einen Globus, den man bei Bedarf auch beleuchten kann.